Dimash, die Königin der Dauphiné. Ein Berg, wie er im Bilderbuch steht, mit seinen fünf steilen Zacken, die fast an der 4000er Marke kratzen. Damals galt er von vielen als unbesteigbar. Wimpert, der Erstbesteiger des Matterhorns, meinte sogar, sie sei der einzige bedeutende Berg Europas, der noch nie von einem menschlichen Fuß betreten worden sei. Sie verdwerte jahrzehntelang vielen erfahrenen Bergsteigern einen Gipfelerfolg. Bis 1877 ein paar Franzosen über eine ähnliche Route, wie wir heute die Erstbegehung machten. In La Grave starten Julia, Franz, Maria und ich erstmal mit der Seilbahn auf 4.015 Meter. Dimash versteckt sich noch in den Wolken, aber für morgen ist Kaiserwetter angesagt. Der Zustieg über den Enfetschor-Kletscher und die Brèche de la Mèche schaut von Weitem sehr unübersichtlich aus, ist aber logisch und gut markiert. Die Kletterstellen bleiben immer unter dem dritten Grad, sind aber teilweise recht ausgesetzt. Danach geht es über den Gletscher mit einigen großen Spalten und über brüchiges Geröll hinauf zur Brèche de la Mèche. Und hier sehen wir schon die Hütte, aber wir müssen erst sorgsam über die Klackenplatten abklettern und einmal abzeilen, um sie zu erreichen. Wenn ich komme, dann hat sie eh so viel Seil. Bei der Julia hat es kritisch. Ich habe extra viele Landjäger dabei. Schaut gut aus. Perfekt. Ich finde, es ging richtig gut. Ich habe noch eine wichtige Frage für dich. Was sagst du zu der Biersituation auf der Hütte hier? Also die Biersituation ist ein bisschen brenzlig. Es gibt halt nur 0,3er Flaschen. Aber dafür ist es hier ein richtig geiles Indian Pale, ey. Und es hat sieben Umdrehungen. Das muss man auch beachten. Also wenn man eine 0,3er sauft, hat man so viel Alkoholintos wie in Siedna Richtlinien. Also würdest du sagen, es ist noch okay, oder? Ich würde sagen, es ist okay. Aber es ist ein bisschen teurer, aber es ist noch im Rahmen. Wir ruhen uns aus, scouten den unteren Teil und holen Wasser für den nächsten Tag. Denn um zwei klingelt der Wecker. Nach einem schnellen Frühstück geht es los. Hast du mich schon motiviert, Franz? Ich habe Bock, ja. Geil, ich auch. Voller Wagen, gut konfiniert. Da kann man ja noch Bock haben. Da wir den unteren Teil schon ausgekundschaftet hatten, geht Seilfrei flott voran. Es ist heute einiges los an der Mesh. Allen voran sind drei Bergführer mit Kunden, dann wir vier und hinter uns nochmal drei Amateurseilschaften. Aber das Feld entzerrt sich schnell und jeder klettert in seinem eigenen Tempo. Wir beschließen am Anfang der großen Mauer, wo die Schwierigkeiten zunehmen und die Felsqualität abnimmt, das Seil anzulegen und von nun an in zwei Zweierseilschaften am laufenden Seil schaffen. Mit dem Felssturz in der Südwand können wir problemlos passieren und kommen flott am Glacier de Carrée an. Trotz des schneearmen Winters ist dieser zum Glück noch nicht blank und lässt sich gut passieren. Nach einer kurzen Pause starten wir dann in den oberen Teil des Promotorgrads hinauf zum Gipfel des Grands Peak. Die Kletterei ist leicht, aber brüchig und in einer Länge am laufenden Seil geht es schnell voran zum berühmten Roten Pferd. Lando, wie ist es am roten Pferd? Zerhock dich mal auf das rote Pferd, Maria. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Mit seinem Schatz die Fliege abgewehrt, die Fliege war nicht dumm. Doe ich hier? Musik Die letzten Meter zum Gipfel sind leicht und nach nur vier Stunden genießen wir die Sonne und das schöne Wetter und stärken uns mit ein paar leckeren Landjägern der Metzgerei Schuster aus dem Allgäu. Musik Der Tag ist aber noch lange nicht rum. Nun stehen noch die Traverse über die fünf Finger der Mäsch an. Der erste, der Don Sucsmondi, wird nordseitig mit einem Klettersteig über eine eisige Passage umgangen. Musik Die nächsten drei Türme sind schneefrei und bieten schöne leichte Kletterei und nette Abseilstellen. Musik Etwa dreieinhalb Stunden nachdem wir am Grand Peak waren, erreichen wir den letzten Turm, den Don de Dieu, den Daumen hoch. Um Gottes, der will nach Osten. Musik Geil! Wuhu! Musik 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 Huch! Lando! Geil! Super Franz, gut gemacht! Gut durchgang! Vom Gipfel des Doors de Dieu seilen wir dreimal ab, um den Gletscher zu erreichen. Obacht, mittlerweile braucht es mindestens zwei 50 Meter Seile, um den Bergschrund zu überwinden. Musik Ja, und da auch, oder? Von da geht es über einen wunderschönen, aber zum Glück spaltenarmen Gletscher zum Refuge Dägel, wo wir nochmal ordentlich Pause machen und Kraft tanken für die 2000 Höhenmeter Abstieg, die uns noch bevorstehen. Musik Prost, auf unsere Tour! Prost! Ah, lecker! Einfach was, gesund! Bis auf den Franz, der weiterhin wie eine Maschine vorausmarschiert, müssen wir uns im Abstieg schon alle ganz schön quälen, bis wir dann am Abend endlich wieder am Parkplatz ankommen. Die Überschreitung der Mesh war mal wieder eine ganz geniale Tour, in der alles wie am Schnürchen gelaufen ist und die uns lange in Erinnerung bleiben wird. Die meist sehr gute Felsqualität und die bestechende Linie machen sie zu Recht zu einer der begehrtesten Touren der Alpen und zu viert hat das Ganze gleich nochmal mehr Spaß gemacht. Und selbst den ewig langen Abstieg, den es mit dem Franz irgendwie immer gibt, war geteiltes Leid nur halbes Leid. Wie immer hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder, entweder hier auf Jura Clamps oder mal in den Bergen. Ciao!